ja hallo und herzlich willkommen zurück zu blaumann mit grünmann drei grünmann ein blaumann ja das sind auch immer hier oben hier da so also müssen das hier noch hier schaffen und ich habe mal im internet geguckt weil mich das gewohnt hat wie wir denn dieses leben am ende des liftes bekommen weil wir unten ja nicht reinkommen ob es irgendeinen geheimgang gibt die wir nicht gefunden haben nein den gibt es nicht sondern wir hätten einen der fliegenden slicks nehmen müssen und unten diese tore da hätten wir irgendwie wusste gar nicht dass das geht batsch so gehört sich das wollen wir das was haben wir denn eigentlich wir haben nur verdammte fackeln das geht das ist gut ist also schon wieder die fackel in der hand so leute wieder drei gerettet rein mit euch und weg mit euch 10 von 31 hier ist jetzt schon die nummer zwei ja hier ist schon die nummer zwei dann gehen wir hier gleich rein so haben wir die fackeln noch haben und du darfst hier gleich mal warten und du darfst hier gleich mal warten hier kommt kann ich jetzt mal tief ins selbe schlafen sie ein sehr gut das war nicht sinn der sache dass der dass er nicht genau auf dem tor sitzt und dann eben wenn das tor hoch fährt platt ist das spielchen versuchen wir nochmal ok wenn er sich nicht rührt jetzt einschläft der ist gut das hier was Ok, da ist noch einer. Wo wir den da rauf? Da ist er unten und noch zwei. Komm, heil ihn. Hallo, lass mich da helfen. Ja, komm mit. Die muss ich jetzt schon durchschicken. Komm, klauf du durch. Dann bist du schon mal safe. Ach so, ja gut. Geh mal hinter und hol uns das Leben ab. Und dann machen wir das Tor zu und ich hoffe das bleibt so. Ja. Ja, leise. Ja, leise. Wieso ist der jetzt aufgewacht? Verdammt. Soll ich das heißen? Okay. Wir warten. Verdammt, der kommt nicht drauf. Ich kann nicht drauf. Er ist so ein Kacke. Das kann ich den ganzen Mist noch mal machen. Das war so gut vorher. Wahnsinn, die streifen sich nur. Warum hat das vorher so gut geklappt denn jetzt gar nicht mehr? Was soll der Scheiß? Ist das nicht dein Ernst jetzt, oder? Wollen die mich jetzt verarschen? Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll der Kacke? Oh, ich krieg grad nur an. Ziemlich heiß, Leute. Das darf nicht wahr sein, oder? Das darf nicht wahr sein, oder? Das darf nicht. Nö. Klar. Der lebt noch. Ich mein, ich krieg jetzt echt ne Hals. Das ist nicht euer Ernst. Wenn da jemand wieder vorn verarschen wird. Ich kann gar nicht so schnell Kacke. Los, schlaf ein, du blödes Viech. Ich muss gleich den Mikrofon ausmachen und hier gleich mal schreien richtig, Leute. Jetzt darf nicht wahr sein. Ihr wollt mich doch echt voll verarschen hier. Ja, los, komm. Ja, du gehst natürlich jetzt keinen Schritt vor, ne? Das reicht natürlich nicht. Nein, das reicht nicht. Nö. Nö. Na klar. Ey komm, das ist ein Witz. Was? Das war auch nur Zufall, oder? Dass es so gut geklappt hat. Das anders kann es nämlich nicht sein. Ja. Klar doch. Bewegt er sich natürlich auch. Bewegt er sich natürlich wieder keine Millimeter, oder? Boah, das, das ist, also, das ist scheiße. Boah, das, das ist, also, das ist scheiße. Ja. 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 Will ich verarschen hier? Ich werde mal eine ganze Zeit hier mit diesen blöden Kötern Echt hier, das kann doch wohl nicht wahr sein Eine andere ist jetzt da drüben, da komme ich jetzt nicht mehr hin, weil hier diese Scheiß-Tür zu ist, sorry So ist ihm aber vorher draufgegangen, weiß das noch niemand? Soll ich dich besser fühlen? Danke! Sie sagten, dass du kommen. Sie waren richtig! Das wird helfen. Cool! Du hast mich geschaut! Danke! 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 Okay! Los Leute, her zu mir, aber Frau Lotsch hier! Ja komm, heil ihn, heil ihn! Okay, da haben wir alle hier, oder? Höher ging nicht, tiefer ging auch nicht. Ganz da hinten kommt man nicht noch rauf, oder? Warte, 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 ich hab da so ne Befürchtung, so ne ganz übel Befürchtung hatte ich da. Nee. Wenn, dann hier irgendwie rauf. Schau mal Leute, was das ist! Okay, boah, das ist ja, ich sag nix dazu. Da seid ihr mit diesem Facil in der Hand. Boah, wenn ich da jetzt nicht noch hin, oh Gott, das sind schon so gut. Da es nicht noch hingeschaut hätte, dann hätten wir jetzt hier ewig gesucht und uns gefragt, wo ist denn hier bitteschön unsere Gasoline? Jedenfalls fehlen uns hier noch zwei. Ich hab keine Ahnung, wo es sein soll. Da waren wir noch nicht. Guckst du? Dann siehst du. Da sind noch welche. Zwei Stück. Die hätten wir jetzt fast übersehen. Ah, das sind jetzt zwei von in der Mitte. Wir wählen uns die allerersten zwei vorne. Die sind, es gibt irgendwo noch ein blödes Geheimareal, das wir nicht gefunden haben. Irgendwie rauf da. Irgendwo gab es noch ein geheimareal, das wir nicht gesehen haben, wo zwei stück drin gewesen wären. Okay, jetzt gilt's. Wie viele haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stück zähle ich. Oh nein, ich hab sowas. Kommt tot. Wir waren zu langsam. Ich will nicht so einen, ich will einen anderen haben. Oh nein, der hat das nicht abgespeichert, Leute. Jetzt warte. Müssen wir das so machen? Weil er das nicht abgespeichert hat. Ah, wie blöd. Weil wir oben an dem Checkpoint vorbeigelaufen sind, wo er schon ausgelöst war. Und wenn er schon ausgelöst ist, speichert er das nicht nochmal. Ergo, das was wir hier, also die Kameraden, die zwei hier gerettet haben, hat er da nicht mehr mit abgespeichert. Also wenn wir da drauf gehen, dann mit euch, sind die zwei natürlich nicht mehr in unserem gerettet Arsenal drin. Also deswegen war es jetzt nicht schlecht, da hinten den Checkpoint auszulösen. Das heißt, jetzt ist der hier, jetzt können wir den auslösen und jetzt sind die zwei nämlich damit eingespeichert, sagen wir es mal so. Ne? Ok. Ja. Okay. Ok. Ja. Ei, die. Huuuuhhh also pass mal auf hier, guck das verdammt, ich bin da hingeblieben aber das meinte ich vorher mit aufschießen was 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 da kann man wohl nicht durch, würde ich mal sagen ähm ähm das haben wir nämlich vorher verpasst das da drüben ist mir egal so hibiii das hätte mir nicht vorher bei dem ersten Lift auch schon machen können da unten ist es eine aufzuschießen, aber es wurscht jetzt jetzt wissen wir, dass das geht und dass wir darauf achten müssen und jetzt gerade da sind wir im wahrenhof, oder? oh oh da sind wir hier drin drei Leute sind da unten drin was zum geier oh god, was kommt denn da da oben noch alles ich weiß ach, da kann ich drauf gehen das ist schon wieder sowas, wo ich jetzt gerne übersehen hätte, dass ich da oben raufkomme bringt es mich um die Kiste da oben hat zwei Augen ok da kommt einer raus, da oben ok ich kann es jetzt nicht überreie Hand fliegen wieso geht er drauf das gold ist ah, da kommt noch einer wir haben Nachschub und das ist ein flammen wirken die in klasse und jetzt weil kann ich denn mit dem fliegen ich weiß noch nicht ob mir das bringt komme ich nicht anscheinend müssen wir dahin weil in die richtung komme ich nämlich nicht weiter als bis dahin also offensichtlich müssen wir hier durch diesen ganzen herrn das schöne ist es lässt sich echt gut steuern ich habe die falsche taste gedrückt ich bin so eine nase ich bin so eine nase ich habe die falsche taste gedrückt ich wollte den flammenwerfer auslösen was habe ich ausgelöst die selbstzerstörung was löse ich aus ich bin so ein bisschen ich bin so ein bisschen ja Nein! hat er nichts mehr? hat er keine Munition mehr? hat er keine Munition mehr? hat er keine Munition mehr? ach doch und jetzt? der kann den ach doch, der hat den auch ah ja ja, gut, kann ich da weiterfliegen? da ist noch einer ok da sind wir zwei Stück da sind wir zwei Stück was sind denn da? nur auf dem Schalter ich hoffe, die bleiben auf und gehen nicht wieder nach einer gewissen Zeit zu oh gott, 0,1 ich sehe schon, da unten ist irgendwie das gefällt mir gar nicht ok jetzt fällst du alles was hab ich gemacht? ich hab hier alles abgefackelt 0,0 das heißt hier kommt keiner mehr raus wir haben jetzt alles fertig jesus ok ich denke mal das war's, oder? ah jetzt verstehe ich's siehst das ist es, was immer nie erklärt wird die Zahl heißt, so viele sind da drin so viele kommen da raus, wenn du den gekillt hast also in dem Fall einer noch dann ist vorbei, dann kommt keiner mehr drüben auch der hier oben das sind keine zwei Augen auch wenn es so ausschaut nein das ist ein unendlich Zeichen da kommen unendlich viele raus tschüss danke du hast mir einen guten Dienst geleistet siehste unendlich und schon wieder ist einer da jetzt frage ich mich gerade äh, das ist echt fies das ist wirklich mehr als nur geheim und hier eine Speicherung ich frage mich jetzt nur gerade die anderen, die mir noch retten haben können hätten tun ja, dann müssen wir wieder zurückgehen genau, mehr gibt's hier nämlich nicht ich komm hier nämlich gar nicht weiter wie ich das sehe weil die anderen waren hier da drüben die konnte ich ja nicht retten weil die ja hier auf uns geschossen haben wie die Idioten die sie scharf schützen, ne genau ok das heißt wir müssen hier eigentlich nirgendwo anders hin als da wo wir waren da oben rauf kommen wir nicht brauchen wir auch nicht da haben wir alles getan so würde ich das jetzt mal sehen das heißt rein in das Geheimareal ja, lass los und schauen wir mal wie wir da drinnen retten können hä? da ist einer und war noch einer und viele ein, zwei, drei Stück habe ich auf jeden Fall schon gesehen vier stück Du kannst gleich mal hier warten bitte, Hunden schlafen, schon wieder Hunde, habt ihr gesehen? Ah, okay es ist ganz vorne der allererste ist jetzt auch ange-teasert, da unten ist es Wasserflaschen Bringen wir euch jetzt alle mal hier her erstmal Ist der auch? Ich werde jetzt gar nicht weiter, da ist ein Hund aber sonst nichts Wir wissen was wir zu tun haben, das machen wir beim nächsten Mal, hier haben wir viele Leben noch zu retten. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, der Anfang war echt fies, wie oft wir da drauf gegangen sind, ich hoffe das ist hier nicht so. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.